Ja gut, und wie kommen wir auf das Dach? Ja gut, und wie kommen wir da reinkommen? Gute Frage, wie wir da reinkommen. Gute Frage, wie wir da reinkommen. Ich will die wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay, cool. Okay, weiß Tina tatsächlich nicht, dass Ellie immun ist? Benzo ne, dass die nichts davon wissen. Bin drin. Ich auch. Mach ich ja schon die ganze Zeit. Hey, ich hab Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich. Okay, ich kann ein Medikit herstellen. Dann machen wir das. Weil Ellie's Gesundheit sieht tatsächlich nicht so geil aus. Da drin sind Sporen. Masken auf. Alles klar. Ja. Denk dran. Ich will die nicht ins Gesicht schießen müssen. Ah, ganz reizend. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Oh, ich denke mal, ne? Sieht aus wie ein Lager oder so. Wir sollten ins Erdgeschoss. Könnte vielleicht durchaus zum Supermarkt gehören. Okay, hier ist auf jeden Fall noch kein Infizierter. Okay. 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 F misunderstood. Sieht. Oh, shit. Oh, shit. Oof. Ja, aber ich meine, kann ich die von hinten schon stealthen? Im ersten Teil ist ja am Anfang tatsächlich noch nicht, ne? Anscheinend geht's doch. Na gut, dann kümmern wir uns noch um den zweiten Clicker. Wie gesagt, im ersten Teil... Könnte man dir am Anfang noch nicht stealthen. Da musste man auch die Fähigkeiten verbessern. Oh. Da ist die Tür aus den Knien. Vorsicht, Vorsicht! So, was haben wir hier Schönes? Ja, ja, lass mich da erst mal einsammeln hier. Super, hier liegt massenhaft Zeugs, Tina. Bestimmt nicht freiwillig zurücklass. Hier. Danke. Uh. Uh. Sei vorsichtig. Ich bin Profi. Das war's noch nicht. Ach du... Kacke. Das sind einige. Hier sind ganz schön viele. Das meiste. Dior, ganz so jetzt. Das ist ein Sticker. Das ist ein Sticker. Die Runner zuerst ist eine gute Idee. Ich hoffe mal, ich krieg das so laut oder Sinn, wie ich mir das vorstelle. Ich dachte schon, der kommt jetzt hier lang. Oh, da kommt ein Klicker, da kommt ein Klicker. Oh, da ist noch ein Runner und das ist der da. Da hinten. Da hinten war ein Klicker, ne? Oder? Ja. Da hängt das ab, noch nicht wahr. Da hinten war ein Da hinten war ein Wett. Ja, ich will. Da hinten war ein Wettel. ich muss als erstes an den runner ran um Irgendeiner steht hier noch. Aber ich denke, da kann ich mich erst um den Klicker da hinten kümmern. Mit aller Seelen Ruhe. Oh shit, ich wollte gerade mal, ich konnte nichts machen jetzt nicht. Das war jetzt. Ich wollte noch die Waffe ziehen, aber. Da war es schon zu spät. So. So, dann können wir uns noch um den Typen da hinten. Und dann dürften wir hier eigentlich auch fertig sein. Okay. Okay. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Da. 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 Okay. Auf zum nächsten Posten. Und da machen wir dann Pause. Wir haben es verdient. Okay. Okay. Definitiv. Siehst du einen Ausgang? Ja. Ich würde aber gerne noch mal im Lager gucken. Ob ich da jetzt irgendwas übersehen habe. Ja. Hier liegt zum Beispiel noch Alkohol. Okay. 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 So, gut. Hier liegt noch einmal Gewährmonie. Wie hier ist das Ganze? nach oben durch dieses loch natürlich ich werfe dich einfach durch das loch kein thema superman lässt grüßen oder noch besser wir machen es einfach wie spider-man wir am meisten einfach den spinnenfaden da hoch und hangeln uns hoch wie wäre es damit gut leute ich würde aber sagen an dieser stelle mache ich erst mal schluss für heute morgen geht es dann weiter hier an der stelle mit the last of us part 2 und ja ich helfe dir dann und ja ich kann hier speichern spiel speichern das sieht gut aus was ist jetzt schon zache ok ja und beim nächsten mal geht es dann hier an dieser stelle weiter ich bedanke mich bei euch fürs zusehen lasst mir ein like da wenn es euch gefallen hat vielleicht auch ein abo falls ihr es noch nicht getan habt über einen follower auf twitch freue ich mich natürlich auch wenn ihr nichts mehr verpassen wollt folgt mir auf twitter oder meinem discord und ja ansonsten schaut auch gerne bei meinen partner kanälen vorbei die findet ihr bei twitch unten in den panels und bei youtube unten in der video beschreibung und ja ich wünsche euch noch einen schönen abend ich bin raus an dieser stelle bis zum nächsten mal tschüss tschüss